Buschauffeur. Das ist schon mein Traumjob. Ein tolles Team, einen sicheren Arbeitsplatz, Menschen verbinden und natürlich etwas für die Umwelt machen. Aber eine Sache scheisse mich jedes Mal richtig an, wenn ich beim IVZ nicht live dabei sein kann. Und ein riesen Tauwabu vor dem Zuger-Gol-Ukrappgang genommen wird. Und Goal! Das nächste Sieg! Vor jedem Anzug! Untertitelung des ZDF, 2020